Restaurant und Essen Nun wissen wir uns auch im Notfall zu helfen und können uns beruhigt, angenehmeren Dingen zuwenden. Ausflügen, Einkäufen und vor allem Essen. Restaurants und Essen Es ist immer ratsam, einen Tisch zu reservieren, einen Tisch bestellen. Das lässt man meistens am Telefon erledigen. Guten Tag, kann ich noch einen Tisch für heute Abend bestellen? Guten Tag, haben wir sicherlich gefragt, für wie viele Personen? Die Antwort könnte lauten Ich bestelle einen Tisch ab 8 Uhr für 4 Personen. Wie schade, bedauere, aber wir sind schon ausgebucht. Manchmal löst sich das Problem, wenn man zeitlich flexibler ist. Erst ab 9 Uhr In vielen Ländern ist das bereits verboten, aber vielleicht fragt man sie doch, raucher oder nicht raucher? Measchnim o lo measchnim? Measchnim o lo measchnim? Das wäre es, wir sind da und haben einen Tisch. Man lässt sie am Eingang warten. Wir haben einen Tisch bestellt. Das freundliche Personal führt sie zu ihrem Tisch. Nehmen Sie bitte Platz. Aber vielleicht haben wir davor noch ein anderes Bedürfnis. Wo ist die Toilette? Wir sitzen schon seit 20 Minuten da. Wo bleibt die Bedienung? Herr Ober, Kellnerin. Melzar 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 Die Speisekarte bitte. Hatafrit Bevakasha Hatafrit Bevakasha Aus irgendeinem Grund verlassen wir uns auf den Kellner und fragen, was er empfiehlt. Was empfiehlen Sie? Al ma atam ammliits? Al ma atamamlitsa? Al ma atamamlits? Al ma atamamlitsa? Aber vielleicht frag er uns, was wollen Sie bestellen? Ma tirutsu lehazmin? Ma tirutsu lehazmin? Wie gesagt, über Geschmäcker lässt sich nicht streiten. Aber dieser Satz kommt immer. Das empfehle ich sehr. Zeh Mä odmumlats Zeh Mä odmumlats Für mich bitte eine Suppe. Und bevor ich erkläre welche, sage ich, ich bestelle. Anni ekach Was hast du bestellt? Das will ich auch. Ich nehme das Gleiche. Anni ekach Oto Dabar Anni ekach Oto Dabar Vielleicht wollen wir später noch etwas. Aber im Augenblick Das ist vorläufig alles. Zeh hakoll binatayn. Zeh hakoll binatayn. Natürlich gibt es hier nicht nur Essen. Was möchten Sie trinken? Ma tirutsu lishtot? Ma tirutsu lishtot? Für mich bitte. Bishvili Bishvili Mineralwasser Ma im Mineralim Ma im Mineralim Kaltes Leitungswasser Ma im Karim Me haberes Ma im Karim Me haberes Orangensaft Apfelsaft Das klingt zwar auf der ganzen Welt gleich, aber dennoch Cola, Soda, Limonade Cola, Soda, Limonade Cola, Soda, Limonade Ah, das war gut. Bitte noch ein Glas Und wenn wir mehr wollen? Ich möchte noch... Ich möchte noch... War das genug? War das genug? Ja. Das ist alles. Danke. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Danke. Zwei Wörter, die die Atmosphäre immer und überall lockern Prosit Zum Wohl Lechaim 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 Und natürlich Guten Appetit Beteavon 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 Wir haben gegessen, sind satt und der Küchenchef fragt, wie war es? Was? Ech aya? Ech aya? Was kann man darauf antworten? Ausgezeichnet! Metzuyan Metzuyan Es stimmt ja. Das Essen hat sehr gut geschmeckt. Das Essen hat sehr gut geschmeckt. Oft reicht dazu die internationalen Bekannte Geste, aber hoeflicher ist die Rechnung bitte. Et hachesbon, bebekascha? Et hachesbon, bebekascha? Wie hoch ist die Rechnung? 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 Sie werden diesen Wink mit dem Zaunpfahl sicher verstehen. Das ist ohne Service. Das ist ohne Service. Das ist ohne Service. Das ist ohne Service. Zu netten Kellnerin darf man ruhig etwas persönlicher sein. Das ist für Sie. Danke. Okay. Zeh, beschwilch. Zeh, beschwilch. Zeh, beschwilch. Zeh, beschwilch. Tודה. Untertitelung des ZDF, 2020